Ein weiterer Schwerpunkt unserer Forschung liegt auf der Rolle von Markt- und Produktionsrisiken für die Landwirtschaft. Wir untersuchen, wie landwirtschaftliche Betriebe mit diesen Risiken umgehen, aber auch, wie deren Risikomanagement verbessert werden kann. Zum Beispiel beschäftigen wir uns mit innovativen Versicherungslösungen, wie Wetterversicherungen, aber auch Versicherungen basierend auf Satellitenbildern. Und solche Innovationen erlauben es insbesondere besser mit klimatischen Extremereignissen wie Dürren umzugehen und ermöglichen so auch eine bessere Anpassung an den Klimawandel. Teaching and Research of the Agricultural Economics and Policy Group is at the Interface of Agricultural Science and Economics. The group cooperates in various interdisciplinary projects with many groups of the Institute of Agricultural Sciences. Their research approach comprises an intensive communication and dialogue with policy makers and practitioners. . 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